Hier ist Fred von Fettspielen mit der 113. Partie Let's Play Good Game Empire und wir klicken das hier weg und wir erkennen dort oben, dass ein Allianzmitglied angegriffen wird. Aber ich würde mal sagen, das sind hier keine großen Truppenbewegungen. Ich würde mal sagen, das können wir dementsprechend vielleicht sogar gleich ignorieren. Ignorieren werden wir natürlich auch die 20 Nachrichten, die uns erreicht haben. Wie immer für euch der Hinweis, wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, dann macht das über YouTube. Fettspielen.de heißt unser Channel und ich schaue mal rein. So, hier bin ich wieder. Allianz Chat am Geldsäckchen reinholen ins Haus. Wir holen das Geld ab. 5.328 Goldmünzen können wir jetzt wieder in die Schatzkammer werfen. In 10 Minuten geht es weiter und wir gucken mal, ach komm, diesen Holzstapel will ich mir auch noch holen. Es ist schon ganz kurz gut gewesen, dass sie die kleinen Bläschen, diese kleinen Gedankenblasen größer gemacht haben. Denn jetzt hat man auch mal mehr die Chance, den Leuten hier Holz, Stein, Nahrung oder Gold abzuknüpfen. Es war davor schon ziemlich schwierig, gerade in so einer wuseligen Burg wie die meinige. Aber hier, ihr seht es, geht das alles. Ganz, ganz einfach. Hier gab es sogar gleich 5 Holzstapel. Sehr schön. Wir gucken auf unsere offenen Ziele hier in unserer Hauptburg. Ja, die Prinzessin möchte immer noch einiges. Was wollten wir hier machen? Nahkämpferattrappen oder Seltenattrappen. 5 Stück und dann haben wir diese Quest schon erfüllt. Das ist ja hervorragend. Das heißt, ich gehe mal gleich hier rein. Ich denke, hier kann ich die Attrappen bauen. Jawohl, da waren sie auch schon. Nahkämpferattrappen. 5 Stück. Alles klar. Werde ich sofort bauen. Und in 4 Stunden haben wir dann schon die nächste Quest erfüllt. Und das ist doch auch schon mal was sehr, sehr Gutes. Obwohl es dafür keine Erfahrungspunkte gibt, gibt es nur für den Quest der eigenen Prinzessin. So, schauen wir mal, was es noch geht. Okay, Burgenpläne können wir jetzt gerade sowieso nicht. Burgflächenerweiterung und Türme ausbauen. Wann kann ich eigentlich meine Burgfläche wieder erweitern? Ich bin jetzt Level 28. Wir schauen mal rein. Ah, verfügbar ab Level 30. Das heißt, bis dahin müssen wir noch hier in dieser kleinen, engen Burg Darbin und schauen, dass wir irgendwie den Platz einigermaßen gut organisiert bekommen. Aber ansonsten müssen wir halt schauen, wie es weitergeht. Gehen nochmal auf die offenen Ziele. Das sind unsere einzigen Quests, die wir haben. Na gut, dann werden wir unserer Prinzessin mal einen Gefallen tun und auch weitere drei Häuser ausbauen. Da ist das Wohnhaus, was wir zuerst nehmen. Da ist das Zweite. Ja, und dann kann es ziemlich lange dauern, bis wir hier ein Wohnhaus Stufe 3 zu einem Wohnhaus Stufe 7 gemacht haben. Kann also ein bisschen länger dauern. Und wir können natürlich jetzt auch mal zu unserem Außenposten gehen. So, hier am ersten Außenposten haben wir ja schon eine kleine, aber feine Angriffsarmee zusammengetrommelt. Eine Angriffsarmee, die ich natürlich nicht verwenden kann, um andere Spieler anzugreifen. Aber vielleicht klappt das ja mit einer Raubritterburg. Ich meine, wir haben jetzt immerhin, na, schau mal, 45 Schwertkämpfer. Die können nicht viel. Wir können mal gucken. Stärkende Verteidigung, da Stärkenden Angriff. Nahkampf, Angriffskraft 31. Normalerweise nehmen wir ja Streitkolbenträger. Was haben die denn für eine Angriffskraft? 38. Das heißt, sie sind schwächer als Streitkolbenträger. Aber die einzigen, die ich jetzt nicht verlangsamt bauen kann, also die einzigen offensiven Einheiten jedenfalls, da wollen wir doch immer schauen, wir schicken die einfach mal zum Test auf eine Raubritterburg. Wir müssen ja noch eine Raubritterburg besiegen. Ihr habt es ja gerade gesehen, auch im Questbuch. Das Ende der Geduld. Wir müssen noch zwei Raubritterburg-Level 8 oder höher besiegen. Ich habe hier ein Raubritterburg-Level 9. Da kann ich noch eine angreifen. Ja, wir können das ja einfach mal probieren. Ich bin mal ganz gespannt, ob das dann auch klappt. Vom Außenposten auf, 45. Na, immerhin, ich habe sogar noch ein paar schwere Armbustschützen, die ich noch mitsetzen kann. Ansonsten werde ich jetzt mal 25 hierhin tun und dann werden wir mal eine andere Flanke noch damit voll machen. Ich kann überhaupt gar nicht mehr setzen. Wahrscheinlich muss ich das in die nächste Angriffswelle reinhauen oder sonst was. Ich bin ja, ich kann einfach mal die hier noch mit, auch dann nur drei. Kann es sein, dass es auch eine Begrenzung ist durch meinen Schutzmodus, dass ich nur eine gewisse Anzahl an Einheiten in der Angriffswelle packen kann. Das kommt mir nämlich schon ein bisschen spanisch vor, muss ich sagen. Normalerweise war das nicht so arg bedrängt wie jetzt gerade. Aber schauen wir mal, wie das klappt. So, haben wir noch ein paar Werkzeuge, die wir nehmen können. Hier haben wir Sturmleitern. Ja, probieren wir es auch mal damit. So, die anderen kommen jetzt hier auf diese Welle. Wir gucken mal hier, Rambok. Die erste Welle kriegt hier auch ein paar. Und die zweite ebenso. Mal schauen. Es wäre jetzt auch eine Erfahrung, die ich machen muss, wie man mit dieser Schwertkämpferarmee zurechtkommt. Und das werden wir dann ja beim nächsten Mal sehen. Ich bin gespannt, ob es klappt, wie es klappt. Beim nächsten Let's Play wissen wir mehr. Denn die brauchen jetzt noch ganze 20 Minuten. Okay. Geht zurück in die Burg, beziehungsweise zum ersten Außenposten. Hier gibt es ja auch was zu tun. Ich kann hier noch ein Wohnhaus ausbauen. Und ansonsten bin ich mal wieder etwas überfragt, was ich hier mit meinem Bauslot machen soll. Hier läuft es aber schon viel zu gut. Hier sieht es schon viel zu gut aus. Da gibt es viel zu wenig zu tun. Aber natürlich können wir auch hier, dadurch, dass wir so unglaublich viel Nahrung haben, auch weiter unsere Verteidigungseinheiten voranpushen. Schwertkämpfer haben wir jetzt ja die ganze Zeit gebaut. Jetzt können wir weiter Langbogenschützen bauen. Und Hellebadiers, die helfen uns dabei. Weil hier die Burg nach Ablaufzeit des Schutzmodus zu verteidigen. Zweite Außenposten. Auch dort gibt es natürlich was zu tun. Und dort hat mir Lero Badesco gesagt, dass hier eine Holzfällerhütte hinter dem Turm versteckt ist. Und jetzt sehe ich sie. Da ist sie. Sie sah tatsächlich so ein bisschen so aus, als wäre das so eine Art Vorsprung vom Turm. Habe ich irgendwie so gedacht, die wäre dem Turm zugehörig. Ist sie natürlich nicht. Deswegen kann ich die auch demnächst ausbauen. Aber hier nach wie vor das Problem mit der Nahrung. Aber das ist kein großes mehr. Aufgebraucht in einem Monat. Da muss ich jetzt nicht groß noch Probleme, kein großes Problem raus machen. Ich kann also hier einen Holzfäller ausbauen. Und dann vielleicht nochmal ein Farmhaus. Aber da habe ich jetzt nicht genug Ressourcen für. Es fehlt mir Holz, wie ihr seht. Deswegen werde ich noch einen zweiten Holzfäller ausbauen. Und dann sollte das ja auch irgendwie klappen. Sieht immer ganz gut aus. Hier im Außenposten hat sich das Ganze ein bisschen beruhigt. Und das ist ja auch mal schön. Und wir gucken dann dementsprechend mal weiter. Gehen zu der Burg Nordfred. Wie sieht es denn aus im eisigen, kühlen Norden? Da haben wir mittlerweile ein Plus an Nahrung und Plus an Stein und Holz sowieso. Das heißt, hier können wir jetzt ganz, ganz entspannt agieren. Müssen uns keine Sorgen mehr machen, dass hier unsere Leute im Norden verhungern. Und können ganz, ganz entspannt ins Questbuch. Gucken, hier gibt es eine Köhlerei, die es zu bauen gilt. Und das ist ja auch mal eine Idee. Das könnten wir nämlich sofort machen. Aber auch ein Wohnhaus und Dekorationen könnten wir bauen. Wäre auch kein schlechtes Ding, da die öffentliche Ordnung ja auf jeden Fall gepusht werden kann. Die ist ja hier ziemlich in der Mitte. Das heißt, wir gehen mal ins Baumenü und machen das. Bauen auf jeden Fall erst mal ein Wohnhaus. Da haben wir das doch. Und können schon mal die erste Deko herauspacken. Was passt denn so in den eisigen Norden? Finden wir da irgendetwas? So Käfige. Ein Brunnen ist natürlich auch immer schön. Und wir haben ja auch mittlerweile gar nicht so wenige Ressourcen. Können da schon uns was Schönes aussuchen. Oder wir fangen einfach mal mit einem Wegweiser an. Der gehört in jede Burg. Damit die Leute auch wissen, wo es lang geht. Und dann haben wir ja auch schon unseren zweiten Bauslot dementsprechend verwendet. So, schön. Hier gilt es auch, alles fertig zu machen. Und da sind wir auch auf einem guten Weg. Und ob auch Floh133 auf einem guten Weg ist, das werden wir jetzt erfahren. Denn das ist nämlich die Burg, die ich mir dieses Mal ansehen werde. Dominik hat gefragt, ob ich nicht die Burg seines Kumpels mit Namen Floh133 angucken kann. Und da ist er ja auch. Auch hier oben im Norden unterwegs. Auch hier im Immerwintergletscher. Und diese Burg werde ich mir jetzt ansehen. Gucken wir erstmal hin. Aha, Level 920. Also ein bisschen weiter als ich, aber ungefähr auf gleicher Stufe. Und wir gucken uns mal seine Burg im Immerwintergletscher an. Und dann sehen wir, ja, der ist auch so ein bisschen weiter als ich. Aber wir sehen es. Brüder im Geiste. Hier haben wir schon vieles ähnlich gemacht. Auch er hat hier mit einem Wegweiser angefangen. Hat aber auch sehr, sehr viel davon gemacht. Die Leute wissen ja gar nicht mehr, wo sie hier lang gehen sollen. Ansonsten hat er auch schon Holzfäller. Klar, erstmal die ganzen Ressourcenproduktionen. Und das muss ja auch laufen am Anfang. Das ist ja auch ganz klar. Und das hat er auch hier dementsprechend gemacht. Und wir sehen auch, dass hier sonst alles sehr, sehr gut läuft. Sehr schön. Ob er das Dorf abgewählt hat, wissen wir noch nicht. Eine Köhlerei hat er jedenfalls noch nicht gebaut. Aber das sieht ja hier schon mal ganz, ganz gut aus. Gucken wir noch mal uns die Spielerinfo an. Wollen wir vielleicht auch mal seine richtige Burg ansehen? Klar, im Königreich, da kommt auch noch mal ein kleiner... Oh! Was ist denn hier los? Da brennt die Hütte, aber nicht zu knapp. Der wurde wahrscheinlich gerade angegriffen. Aber auch hier zeigt sich seine Liebe zu den Wegweisern. Ganz, ganz witzig. Also scheinbar deine Lieblingsdeko zu sein. Die hast du hier schließlich überall gebaut. Ja, zeigt mir den Weg. So sieht es aus. Und Flo weiß selber nicht mehr, wo es lang geht. Beziehungsweise seine Leute sind wahrscheinlich auch dementsprechend verwirrt. Sieht trotzdem ganz gut aus. Auch wenn du hier wahrscheinlich wieder ein bisschen reparieren musst. Aber dafür hast du ja genug Zeit. Die rennt einem ja nicht weg. Und wir springen wieder zurück. Schauen mal, was wir das nächste Mal machen können. Ich bin mir sicher, dann haben wir ja schon die ein oder andere Quest erfüllt. Das ist auch mal richtig schön. Da geht es wieder XP. Und dann sehen wir weiter. Bis dahin, euer Fred von fetspielen.de Und dann sehen wir weiter.